Die Hose runter. Einmal bücken. Bücken Sie sich bitte. Und jetzt stillhalten. Wir halten Sie fest wegen des Verdachts, Betäubungsmittel im Körper zu haben. Wir sind von der Bundespolizei. Laut Gesetz dürfen wir Sie bis zu sieben Tagen festhalten. Je eher Sie zur Toilette gehen, desto eher sind wir alle zu Hause. Wollen Sie uns vielleicht etwas sagen? Nein. Wo ist er? In einem Motel. Die Polizei hält ihn da fest. Was hat er gesagt? Nichts. Keine Ahnung. Wurden Ihnen Drogen angeboten? Wenn Sie nichts zu verbergen haben, wieso gehen Sie nicht aufs Klo? Jasmine Griffith. Rechtsbeistand. Was erzählen die da immer von Drogen in deinem Bauch? Ich habe kein Interesse daran, anständige Jungs wegzusperren. Ich will die Schweine bekommen. Wo ist mein halbes Kilo? Was? Oh, ist der Stoff! Hast du echt geglaubt, ich würde nicht dahinter kommen? Du wirst deinen Kumpel umbringen, bevor er noch auspackt. Warum will der Wichser nicht scheißen? Du könntest sonst ganz schnell platt gemacht werden. Sie müssen durchhalten. Nur noch ein bisschen. Wie lange will der Perner das durchhalten? Hier handelt er sich nicht um irgendein Spiel. Wie lange will der? Wie lange will der Perner werden? Mach was aus deinem beschissenen Leben, bevor es zu spät ist. Wer war denn das? Mormon. Wir können sie zerstören. Von innen heraus. Von innen. Das best.